Hey Freunde, ich bin hier gerade auf der Homepage von Dragon Ball Online Revelations und ich wollte euch einfach mal ganz kurz ein kleines Gadget zeigen, was ich gefunden habe, was Dunke im Forum installiert hat. Und zwar klicken wir erstmal auf Forum. Ja, Forum. Hallo. Ah, jetzt war das. Mein Internet war wohl anscheinend gerade ein bisschen langsam. Also okay, jetzt sind wir hier im Forum, das kennt ihr ja alle. Hoffentlich, wenn nicht, solltet ihr euch mal hier anmelden, unbedingt. Also, genau hier oben haben wir es auch schon stehen. Upgrade Simulator, genau neben dem Skill Calculator, weil den gab es ja auch schon früher schon immer. Und zwar meine ich jetzt den Upgrade Simulator. Jetzt fühle ich mich ganz lustig. Und da liegt er hier kurz. Und da haben wir es. Und zwar ist das hier von Luke Dunke, Upgrade Simulator, Revelations. Dann kann man ganz einfach auf Beginn klicken. Und jetzt haben sie hier so ein kleines Skript geschrieben mit den Bildern aus Dragon Ball Online. Dass man halt einfach im Gegenstand Upgrade plus 6 und höher. Und jetzt kann man hier ganz einfach, genau, hier oben steht es auch schon, Upgrade plus 6. Und man kann jetzt hier ganz einfach ein bisschen rumprobieren und versuchen, dass man es schafft, das upzugraden. Und ja, ich habe es jetzt halt nicht geschafft. Broken, das kennt man ja. Und normal kommt halt immer so eine Meldung vom Browser. Failed. Aber failed ist ja noch in Ordnung, da wäre es noch nicht kaputt. Fail, failed, failed. Man, broken. Also wie ihr seht, ich weiß nicht, ob sie genau die gleichen Wahrscheinlichkeiten im Skript haben, wie es in Dragon Ball Online auch war. Aber es ist schon wirklich ziemlich schwierig. Ich habe es auch in Dragon Ball Online nie wirklich höher gemacht als 6. Ich bin immer nur mit 6 rumgelaufen. Es sei denn, ich hatte natürlich die 3er Steine. Aber sonst, ja, wie gesagt, ich finde es ziemlich lustig. Ihr könnt ja auch gerne mal hier vorbeischauen. Oh, success. Plus 8. Geil. Ha, das ist mir vorher noch gar nicht passiert. Jetzt habe ich es mal geschafft. Ja, komm, einmal machen wir noch. Und wieder failed. Und jetzt ist es zerbruch. Na ja, wie gesagt, ihr könnt mal richtig gucken hier, ob euch das auch so viel Spaß macht wie wir. Aber, na ja, ich finde es ziemlich lustig. Und wenn ihr noch nicht im Forum angemeldet seid, solltet ihr das tun. Und verpasst ihr einiges an Neuigkeiten. Ja, ich würde sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.